Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr im Aladin-Center, oder besser gesagt darüber, dem Kaufhaus an der Reeperbahn bei Geschäftsführer Taifun Bayern-Bass. Hallo lieber Taifun. Hallo. Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen? Ja, Bayern-Bass, spricht man es auf Deutsch aus, aber im Türkischen ist das das S mit dem Untenstrich, also in dem Fall dann Bayern-Basch. Bayern-Basch, das hätten wir vielleicht mal vorher erklären können. Nee, aber ich meine, ich bin es gewohnt, also Taifun Bayern-Bass, war schon gut eigentlich. War okay, ja? War gut. Für Deutsche war es so okay. Nee, war gut. Er ist ja auch ein ungewöhnlicher Name. Ist es auf jeden Fall, genau. Absolut. Genau. Also türkischer Name ist das. Genau. Deine Familie kommt aus der Türkei. Genau, mein Ursprung ist aus der Türkei. Und ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Seit wann ist denn deine Familie hier? Also der Erste, der aus meiner Familie herkam, ist mein Opa, also der Vater von meinem Vater. Das war in den 70ern bis, also in den 1970ern Jahren, genau. Ein genaues Datum habe ich gerade nicht, aber war in den 70ern. Genau, er ist dann als Gastarbeiter hergekommen und war die erste Generation von der Familie hier in Deutschland. Ja, was hat er dann hier gemacht? Er hat angefangen, also die Familie, seine Kinder in dem Fall, also meine Onkels, mein Vater und Co. waren weiterhin in der Türkei, als er hergekommen ist. Er hat angefangen zu arbeiten, Import, Export, was er üblich so damals war für Leute aus der Türkei. Das ist üblich, so Geschenkartikel und Co. Bis er dann Hausnummer 83, also zwei Läden weiter neben dem Aladdin Center 1985 sessig war. Also 1985 hat dein Opa hier auf der Reeperbahn schon sein Arbeitsleben gestartet? Genau, auf der Reeperbahn, genau. 1985, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich müsste auch noch so Fotos haben. Aber Mitte 80er, okay. Genau, Mitte 80er, genau. Und gar nicht mit dem Aladdin Center, sondern hier nebenan, ja? Nee, es hieß das San, also S-A-N, San Elektronik hieß das früher. Und das war dann Elektroartikel, hauptsächlich. Damals gab es ja noch nicht mal richtig die Kamera und Fotoapparat und Radio und Co. Also er war einer der wenigen Anlaufstellen in Hamburg, wo man es kaufen konnte. Also so richtig große Marken, so wie Sony und Co. Das war dann hier auf der Reeperbahn. Und es hat, wie gesagt, neben dem Aladdin Center, also zwei Läden rechts rum, wenn man es frontal anguckt, links rum, genau. Ich wollte gerade sagen, links, also Richtung Darmstadtstraße, zwei Läden weiter. Genau, wo jetzt ein Kiosk drin ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein sehr kleiner Laden, zwei Läden hinnehmen, ne? Also so ein kleiner Elektronikhandel. Genau, es geht aber so richtig eigentlich so nach hinten, ne? Es geht schon so, ich sage mal, 45 Meter in die Länge so nach hinten. Also es ist so langgezogen, nicht breit das Geschäft, aber langgezogen. Und dann hatte man halt die Tresen rechts und links, in der Mitte dann noch so einen Verkaufsstand. Und da hatte man dann, zu der Zeit gab es ja auch nicht viel Ausfall. Das ist ja nicht wie Saturn oder Mediamarkt jetzt. Damals war es ganz minimal, ja. Das für damalige Verhältnisse war es wie Saturn und Mediamarkt. Ja, natürlich, ja genau, war es ja auch. Und wie ist er auf Repa-Bahn gekommen, weißt du das? Weil, also jetzt, Repa-Bahn ist ja schon Mitte der 80er echt auch ein spezielles Pflaster gewesen, ne? Genau, also ich höre das immer von meinem Vater. Mein Opa ist im jungen Alter verstorben leider, also in 94. Wie alt war er da? Er ist 1954 geboren, nee, sorry, 1940 geboren, 94 verstorben, also 54, ne? Und da war ich drei Jahre alt, also ich erinnere mich so plus minus grob, also so im Traum, sage ich mal. Also deswegen erzählt dann mein Papa manchmal, wenn er Lust und Laune hat, uns ein bisschen, also wie gefährlich es damals war, ne? Also es war ja auf der Repa-Bahn, so diese ganze Mafia-Geschichte und die ganzen, ich meine, es gab alles mögliche hier, ne? Also wir erinnern uns natürlich nicht, weil wir, wir sind, glaube ich, nicht so zu der Zeit geboren und hier gewesen, aber mein Vater oder mein Opa, die wissen da noch ein bisschen so von dem Ganzen. Hat dein Vater das denn dann damals schon mitgekriegt? Also mein Vater, er ist ja im Alter von, lass mich lügen, 16, ist er hergekommen. Also mein Opa hat ihn im Alter von 16, 17 hergebracht und er hat natürlich noch ein bisschen was mitbekommen, ne? Mein Vater ist 66 Baujahr, war dann hier auch, ne, kurz vor den 1980ern, ne, oder, ja, 1980ern. Ja, schön, als Jugendlicher. Genau, ja, und er erzählt auch, ne, wie, ich sag mal jetzt nicht wild, aber wie schnell die Repa-Bahn war. Man kann es ja gar nicht vergleichen, ne? Also früher war die Repa-Bahn noch ganz was anderes als jetzt. Jetzt kann man hier auch als Familie entlanglaufen, sag ich mal so, aber es ist ein bisschen ekliger, so von der Optik her. Also so, was hier so alles abgeht, ist der ganze Dreck, was hier leider immer, also zu sehen ist. Und, ähm, also Dreck bezüglich Müll und Corona. Naja, klar, ich verstehe dich. Ja, genau, und, ähm. Ja, ist schon schmutzig halt. Ja, schmutzig. Durch die Masse an Menschen natürlich auch bedenken, ne? Genau, obwohl man bedenken muss, dass hier auch drei Jahre, vier Jahre Pause war während Corona, ne? Da hat man auch keine Hoffnung mehr gehabt, dass die Repa-Bahn wieder lebendig wird. Äh, da hat man wirklich alles aufgegeben mit Hoffnung. Und, aber jetzt sieht man, dass es wieder richtig, äh, aktiv ist und, ähm, genau. Also, er hat dann so in seinen jungen Altern schon, glaube ich, viel mitgenommen und mitbekommen, ne? Aber redet er nicht so drüber, oder? Nee, also wir sehen das immer so auf Bildern oder, weil die ja damals auch diese ganzen Apparate verkauft haben, haben die auch ganz viele Bilder von sich, ne? Oder Videoaufnahmen, also hat Vor- und Nachteile. Äh, aber neulich haben wir mal einen Katalog bekommen, äh, wo Ausschnitte aus den 60ern, 70ern sind, von der Repa-Bahn. Das ist von so einem Fotografen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, das habe ich irgendwo hier im Büro liegen. Da sieht man auch jetzt das Haus, also es ist allerdings Kino damals. Man sieht dann die ganzen Menschen, also von der Repa-Bahn, also von St. Pauli. Und da kann man auch schon auf den Fotos sehen. Sobald ich das jemandem zeige aus meinem Umfeld, sagen die, damals sah es ja viel geiler aus mit den Menschen, wie cool die angezogen sind und, also, jetzt kann man es gar nicht vergleichen, ne? Es ist, die Zeit ändert sich natürlich. Es ist halt total anders, ja. Genau, anders. Genau, ja. Das ist so. Und, ähm, aber wann ist er dann drauf gekommen, hier vom Elektronikhandel im Kiosk nebenan, dieses riesengroße Aladin-Center, also das Aladin-Kino war hier vorher drin, hast du schon gesagt? Genau. Also, das Kino war ja hier über 40 Jahre drin, sehr bekannt, sag ich wieder, also auch wieder Leute, die ein bisschen älter als ich sind, auch in meinem Umkreis, sobald ich denen sage, hey, ich bin hier aus der Familie Aladin und Co., sagen die, oh, da war ich das erste Mal im Kino, da hatte ich meinen ersten Kuss und was auch immer. Also, Leute erzählen das, ne? Das ist dann immer so cool, wenn man das mitbekommt. Warst du auch mal im Aladin-Kino? Nee, ich war da noch ein bisschen jung. Die haben 98 dicht gemacht, 1998, da war ich noch sieben und hier liefen, glaube ich, damals keine Kinderfilme, sag ich mal, also nichts Erotisches vielleicht. Aber es war, genau, ich wollte gerade sagen, es war kein Sexkino. Also, ja, Sex nicht, es waren wirklich Filme wie Rambo und Musterknabel und so weiter, man sieht auch noch Bilder auf Google. Genau, 98 haben die dicht gemacht. Ich glaube, das lag daran, dass große Unternehmen wie Cinemax und UCI auf den Markt kamen und auch wirklich groß sind und es kann daran liegen, ich weiß nicht ganz genau, es kann auch an der alten, an den Leinwänden, also an den Kinowänden und den Sitzplatzierungen liegen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber da hat dann mein Vater gesehen, hey, der Nachbar macht dicht und bei uns ist viel Nachfrage. Komm, wir brauchen ein größeres Geschäft. Und dann haben die das hier angefangen zu übernehmen und umzubauen. Das ist ja jetzt auf zwei Etagen gewesen hier. Also, ich sag mal so, die Leinwand war, glaube ich, in vier aufgeteilt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war halt ein Riesenkino. Es wurde umgebaut. In 99 wurde es eröffnet, Oktober 99. Das heißt, diesen Oktober, dieses Jahr, im Oktober haben wir dann 25 Jahre Aladin Center. Und das Kaufhaus, der Name wurde dann übernommen, weil es halt viel Geschichte hat, sag ich mal. Jeder kennt das Kino und dann dachten wir so, hey, einfach übernehmen. Was die dann mit dem alten Namen gemacht haben, mit dem SHN, also Sun Elektronik, die haben das dann als Marke eingetragen, sodass wir gewisse Artikel selber hergestellt haben und dann den Namen verpasst haben. Das heißt, im Aladin Center kannst du jetzt diese Marke Sun. Ah, das ist eure eigene Marke. Genau. Und was sind das für Sachen? Inzwischen sind das so Geschenkartikel, so wie Modelschmuck und Souvenir und Co. Genau. Das lasst ihr dann in der Türkei herstellen oder wo? Auch, aber hauptsächlich in Asien. Also genau, im fernen Osten. Und genau, das Kaufhaus, wenn man sich das Logo jetzt auch anguckt, also das Kinologo damals, das Aladin, also das war ein Schriftzug, das ging quer auf der Werbewand draußen, so ein Retro, also wie so eine Schreibschrift. Das wurde dann, der Name wurde übernommen, aber das Logo nicht direkt eins zu eins. Es wurde geändert, wenn man sich jetzt anguckt, das Aladin Center Logo von der Reeperbahn, wenn man mal hier vorbeifährt, dann wird man merken, dass es viel Ähnlichkeit hat, was jetzt Saturn und Mediamarkt haben. Das ist, es war damals ein Elektroladen und die Idee war, dass es wirklich, also das Logo auch so harmoniert. Wenn man sich jetzt, wie gesagt, Mediamarkt und Saturn anguckt, dann sieht man, dass das Logo alles so ein bisschen Gemeinsamkeit hat, also dieses Elektroladen Logo. Die haben bei euch abgeguckt. Ja, also die gibt es natürlich schon früher, aber die waren damals nicht so aktiv und wir waren halt direkt hier auf der Reeperbahn und wir hatten schon damals lange Öffnungszeiten. Das ist dann immer so, wer kann bis 23 Uhr shoppen gehen, oder wo kann man bis 23 Uhr shoppen gehen? Und das an 365 Tagen, muss man auch bedenken. Und naja, jetzt ist es ja nicht mehr so richtig ein Elektroartikelladen. Überhaupt nicht, wir führen gar kein Elektro mehr. Davon sei der ja weg, genau. Genau. Wann warst du das erste Mal mit im Laden? Hast du irgendeine erste Erinnerung an Killern? Ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich, als ich so elf, zwölf war, dass ich auch Ware an die ganzen Stände, also Preise ran und dann aufhängen und sortieren, also im jungen Alter. Da erinnere ich mich dran, das ist dann jetzt gefühlt 20 Jahre her. Da musstest du schon mit ran? Musste ich nicht. Es war immer so am Wochenende, hey, was machen wir, was machen wir? Ich mein ein jüngerer Bruder, der ist eineinhalb Jahre jünger und dann hatte ich noch Cousins von meinem Onkel, die Kinder. Wir waren so alle ungefähr gleich halt. Und dann waren wir immer am Wochenende, Freitag nach Schulschluss immer hier, saßen meistens genau, wo wir jetzt aufnehmen. Deswegen hat man da auch so einen Harry Potter Haken noch kleben, seit über 20 Jahren. Also hier saßen wir dann immer und dann waren wir hier, damals haben wir Gameboy gespielt, da hatten wir noch Gameboy und Nintendo und so unten. Dann haben wir uns immer eins genommen und haben oben gespielt und ab und zu ein bisschen geholfen, damit wir so ein bisschen Taschengeld kriegen, damit wir uns nicht schämen müssen, wenn wir fragen, hey, wir wollen 5 Mark oder 3 Mark oder was auch immer, damit wir mal hier um die Ecke bei McDonalds ein Happy Meal kaufen können. Das war immer so unser Highlight. Das war das Größte, ja? Das Happy Meal bei McDonalds. Genau, und dann die Spielzeuge noch dazu. Und damals war es... Aber dafür habt ihr gearbeitet dann? Ja, aber nicht, weil wir es sollen. Als Rechtfertigung, damit ihr Kohle kriegt. Genau, wenn man fragt, wollten wir halt nicht hören, was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht, dass ihr jetzt essen wollt? Und dann war das immer so, dass wir dann kurz mal so als... Alibi. Alibi so zwei Sachen ranhängen und dann sagen, hey, wir haben Hunger bekommen. Ja, super. Genau. Aber wie hast du den Kiez damals als Kind empfunden? War das für dich schön oder hattest du hier auch irgendwie Ängste? Also Ängste... Dass ja schon sehr viel alles laut viel. Ängste nicht, genau. Also wir haben auch auf St. Pauli damals gelebt, bis 99, also bis zur Eröffnung des Allerdings-Centers haben wir auch gleich hier in der Nähe gewohnt. Deswegen wusste man als Kind eigentlich auch. Also das Coole war immer, es war immer was los. Als Kind wird einem schnell langweilig. Also wenn man zu Hause ist und keine Freunde hat oder niemanden trifft, dann sagt man ja glaube ich zu Hause, hey Mama, hey Papa, ich will da hin dies machen, das unternehmen. Aber bei uns war das nicht so. Also wir waren immer draußen Fußball spielen und hier, wir waren auch als Kinder hier auf dem Silbersack, was jetzt glaube ich nicht mehr so sicher ist. Also was man nicht mehr so hört, dass man da jetzt als Kind hin kann, ne? Silbersack ist ja gleich auch hinten. Ja, da der Sportplatz. Genau, da haben wir immer Fußball gespielt als Kind. Genau, dort sind ja, da ist ja jetzt der Verein tätig, ne? Der Silbersack-Hood-Gym. Genau. Die machen wir auch mit den Kindern. Genau, also ich rede jetzt über vor 20 Jahren damals, war es noch ganz entspannt. Und ja, aber hier im Allerlin-Center, als ich klein war, ich erinnere mich eigentlich nicht, dass es so war wie jetzt. Also da, man erinnert sich als Kind immer an alles viel größer, viel sauberer, weiß ich nicht. Und kann auch daran liegen, dass wir immer hergefahren wurden und dann waren wir direkt drin. Also, wo ihr hier gewohnt habt, wurdet ihr hergefahren? Ne, das Allerlin-Center hat ja, wir sind, wir waren vor dem Allerlin-Center. Achso, als ihr dann, okay. Und danach haben wir ein bisschen irgendwo im Westen, nee, in Bramfeld gewohnt und dann wird man hergefahren und dann bekommt man eigentlich nur das mit, was hier drinnen geschieht. Und es war ja ein Kaufhaus, es war die Hölle los, es waren 20 plus Mitarbeiter tätig. Also man hat eigentlich immer nur so, als würde man jetzt zur heutigen Zeit als Kind den ganzen Tag im Saturn verbringen. Was würde man machen? Man würde sich, glaube ich, so die ganzen Elektroartikel angucken, mal mit einer Playstation spielen, ne? Also das ist so das Übliche und das haben wir eigentlich gemacht. Also wir haben eigentlich nicht so drauf geachtet, was die Menschen, die da reinkommen, machen. Man ist ein Kind, man kommt auch echt nur wegen den ganzen Spielsachen, ne? Also ihr habt dann gespielt? Genau. Das sind ja so Kindheitsträume, ne? Einmal im Leben, eine ganze Nacht im Kaufhaus vergessen werden und da in der Süßigkeitenabteilung sich durchfuttert und mit dem Spielzeug spielen. Das hattest du im Prinzip, außer Süßigkeitenabteilung natürlich. Genau, also für uns waren die Süßigkeiten dann die Elektroartikel, ne? Ja, und das Happy Meal. Ja, genau. Aber das hast du dann ja schon mitgekriegt, wenn du raus bist und so. Genau, McDonalds war ja früher hier die Davidsstraße rechts hoch. Da war ein McDonalds, also wenn man hier neben Burger King jetzt hochgeht, da waren wir. Dann war daraufhin da ein Museum drin und das hat dann auch dicht gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Also wir mussten nicht quer rüber laufen zum McDonalds, was jetzt da ist. Aber ja, und genau. Aber da habt ihr schon einiges gesehen auch, also mit Sicherheit. Aber war das für dich normal so, wenn die Huren da an der Straße stehen und mit Freiern und so? Das geht ja aber erst um 20 Uhr los und bis 20 Uhr waren wir nie hier, also wir durften keine. Nur tagsüber? Genau, tagsüber. Wann war für euch Ende? Wann musstet ihr hier vom Kiez weg sein und wie viel Uhr? Sehr gute Frage da rein. Weißt du nicht mehr? Nee, also es war aber immer so, dass man, also im Sommer hat man ja längere Tage, also die Sonne geht spät unter, deswegen war man ein bisschen länger da. Aber so genau, also mit der Zeit, also je älter man wurde, dann durfte man auch bis Feierabend hierbleiben. Aber man war halt nicht draußen. Sobald es dunkel wurde, war man dann immer hier drin. Und wenn man was wollte, wurde das hergebracht oder direkt bei den Nachbarn, also genau. Hättest du das gern gehabt dann mal so, als du älter wurdest, auch rausgehen und ein bisschen über den Kiez? Also ich kann sagen, ich bin, also ich bin 32 Jahre alt und ich war noch nie auf der Reeperbahn feiern oder so wirklich unterwegs. Also außer jetzt mal so hoch und runter laufen, tagsüber, aber so feiern war ich auf der Reeperbahn noch nicht. Und das war bei mir so ein Prinzip, glaube ich, weil ich eine große Familie habe und wir im Kaufhaus hier haben, dachte ich mir immer wahrscheinlich so innerlich so, hey, das gehört sich nicht. Wenn du schon was unternehmen willst, dann lieber woanders. Und dann hat sich auch mit der Zeit ergeben, dass ich gar nicht mit der Familie arbeiten möchte, weil man ist halt ein bisschen so gebunden. Du bist, du hast eine große Familie. Ich habe sechs Onkels, alle haben Kinder, die sind alle irgendwo hier tätig und mein Vater ist der Älteste in der Familie. Und genau, ja, bis zu meinem 16. Lebensjahr war ich, also bis ich mein Abitur gemacht habe, war ich jedes Wochenende, das heißt immer freitags nach Schulschluss und samstags, den vollen Tag, war ich hier aushelfen. Das war sogar mit 15 Jahren, glaube ich. Also aushelfen, nicht Praktikum oder so, wirklich nur, weil ich es mochte, so hier zu sein. Das war immer, zur Schule gehst du und dann hast du immer die gleichen Leute. Aber hier auf der Reeperbahn, wenn du arbeitest und aushilfst, siehst du jeden Tag neue Menschen. Vor allem mit dem ganzen Tourismus ist es interessant. Und dann immer mit dem Gedanken, hey, hier kann man noch Englisch sprechen, hier kann man noch Spanisch sprechen, was man in der Schule heutzutage auch braucht, damit man gute Noten bekommt. Genau. Und ja, bis ich mein Abitur gemacht habe, war ich, wie gesagt, tätig. Und im Alter von 17 habe ich mein erstes Praktikum im Ausland gemacht und das war direkt in China. In China? Genau. Wann hast du denn Abitur gemacht? Also mein Abitur habe ich mit 18. Mit 18? Genau. Okay. Also ich war auf einer Gesamtschule, da dauert es ja 12, 13 Jahre, glaube ich. Ja, 18 oder 19 ist man, glaube ich, nach dem Abi. Genau. Ja, 18 war ich und da habe ich dann im letzten Jahr, also in der 12., glaube ich, war das so der 11., hatte ich ein Praktikum gemacht und da habe ich dann gemerkt, hey, ich will wirklich nicht mit der Familie sein. Also bei uns ist es sehr wichtig, dass man so miteinander ist, Wertschätzung und Kultur und alles Mögliche, der ganze Respekt gegenüber den Älteren, aber… Hat dich das eingeengt? Eingeengt nicht, aber ich dachte mir so, je größer die Familie und diese ganzen Unternehmen sind alle miteinander verbunden. Das kann nur zu Problemen führen, dachte ich mir, weil ich kann ja gut, wenn ich jetzt was aufmache und mit meinen drei, vier Brüdern Partnerschaft habe, ist es ja alles gut und schön, weil wir uns verstehen. Aber sobald die mit der Zeit, ich meine, Menschen heiraten, Menschen bekommen Kinder und alle haben eine andere Denkweise und dann hast du jeden Tag neue Meinungen und daher geht man, glaube ich, ein bisschen unter. Und davon wollte ich entkommen, was ich dann gemacht habe nach meinem Abitur. Da habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen und bin innerhalb von zwei Wochen, habe ich meinen Koffer genommen und bin nach Texas ausgewandert, also nach Amerika. Und ja, da habe ich dann studiert. Was hast du studiert? International Business und Management habe ich studiert, genau. Und habe dann nebenbei natürlich auch, hatte ich immer so eine Erlaubnis von der Uni, dass ich nebenbei auch arbeite und auch selbstständig sein kann. Und dann wurde ich selbstständig, als ich Student war und dann habe ich gemerkt, dass es mich immer weiter wegbringt von dem Unternehmen hier in Hamburg. Da dachte ich mir so, es hat mich zwei Jahre gekostet, dass ich in Amerika erst mal mich daran gewöhne, dort leben zu wollen. Aber nach den zwei Jahren, wo ich dann auch angefangen habe, nebenbei zu arbeiten, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es interessant, bringt auch Spaß. Und dann habe ich es angefangen zu lieben, da wollte ich gar nicht mehr herkommen. Und warum Texas? Kanntest du da jemanden? Nee, also es hat sich so ergeben, ich wollte nach New York und dann hieß das, hey, Texas ist warm und Texas ist so. Und obwohl man eigentlich nicht viel Gutes über Texas vor allem damals gehört hat. Und als ich da war, habe ich mir gedacht, Texas ist nicht Texas, was in dem Film ist. Also es ist eine Großstadt, es ist eine Multikulti, es sind die ganzen Ölfelder. Also in Texas sind ja die ganzen Ölfelder von Amerika, das ist also Golf von Mexiko. Und dann war ich da und nach meinem Studium hat dann angefangen, meine Familie, also in dem Fall eigentlich meine Geschwister, mein großer Bruder, immer zu sagen, hey. Also du hast eigentlich nur einen Bruder, ne? Wenn du von Brüdern sprichst, meinst du auch deine Cousins und all die, oder? Nee, 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 ich habe, also wir sind fünf Geschwister. Fünf seid ihr? Achso. Ich bin die goldene Mitte, ne? Weil du vorhin irgendwie von einem großen Bruder sprachst. Nee, also ich habe einen großen Bruder und dann habe ich eine große Schwester, dann komme ich und zwei jüngere Brüder. Okay, also du hast vier Geschwister, gut. Ja, und wenn man dann mal berechnet, dass jeder Onkel so vier bis fünf Kinder hat, die inzwischen auch wieder Kinder bekommen, ne? Und jetzt, ja, große Familie. Ist viel, ja, ist schon viel. Also irgendwann weiß man auch nicht mehr, wie die ganzen neun Kinder heißen, weil das viel zu viel ist. Ja, alle sind fleißig am Arbeiten, ne? Jetzt, außer ich, ich bin noch nicht verheiratet, sage ich mal so. So einer der wenigen in der Familie. Das lag dann auch daran, dass ich halt im Ausland gelebt habe. Und ja, nachdem ich dann, wie gesagt, mein Studium beendet habe, hat es angefangen, dass mein Bruder und mein Vater meinten, hey, willst du nicht hierher, nicht eigentlich wegen der Arbeit. Es ging hauptsächlich darum, dass wir haben immer so dieses Dramatische, falls ein Notfall passieren sollte, bist du zu weit weg. Das ist ja üblich in Amerika. Und dann dachte ich mir so, okay, wisst ihr was, ich komme jetzt alle zwei, drei Monate her und dann gucke ich so einen Monat und dann fliege ich wieder zurück und so dieses ganze Hin und Her. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich zurückkomme. Und dann war ich hier. Warum? Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, so ein, manchmal hat man so eine, so ein, ich weiß nicht, wie man es nicht, so einen Lernmoment im Leben, glaube ich, so, wo man einfach mal sich nicht einsam fühlt, aber so, da weißt du in dem Moment nicht, was richtig ist oder falsch ist oder was auch immer. Und dann hörst du einfach den Leuten zu, die so über, also die aussagekräftiger sind, sage ich mal so. Und in dem Moment dachte ich mir so, okay, wisst ihr was, ich komme zurück. Dann war ich hier für ein Jahr ohne nichts zu tun. Also ich war wirklich hier, bis ich mich daran gewöhnt habe, wieder hier zu sein. Und das ist ja nicht einfach, ne? Du bist vier, fünf Jahre drüben. Also nach vier, fünf Jahren war das, ja? Genau, also vier bis fünf, also circa vier bis fünf Jahre habe ich in Texas gelebt. Und dann war ich zurück für ein Jahr. Ich mochte das irgendwie gar nicht mehr, obwohl Hamburg meine Heimat ist. Für mich ist Hamburg die schönste Stadt zumindest in Deutschland, ne? Also in Europa weiß ich gerade nicht mehr, ob es so ist. Wenn man bedenkt, ja, das Wetter und, also Hamburg ist schön, aber irgendwie mochte ich das nicht. Das ganze Jahr habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich mich entschieden, da wir mit China, also mit Asien, China handeln, dachte ich mir so, hey, ich fliege jetzt nach China. Und dann bin ich dahin ausgewandert. Dann habe ich ein Jahr lang in China gelebt. Das war das Jahr vor Corona, ne? Und genau, weil ich dann, habe ich angefangen Chinesisch zu lernen in der Schule und nebenbei dann, also gelernt, wie man alles macht mit der Herstellung und so weiter und so fort. Und dann ist Corona ausgebrochen. Dann bin ich wieder zurück nach Hamburg gekommen. Und dann hatten wir ja erstmal ein, zwei Jahre richtig Ruhe hier, ne? Also das Geschäft war auch ein paar Monate geschlossen. Das erste Mal seit über 20 Jahren. Also das Allerdings Center hat, wie gesagt, 365 Tage immer geöffnet. Und während Corona waren dann die ersten, ich glaube, zwei Monate, dass wir zu hatten. Und das war dann, da hat man dann wirklich gemerkt, wie schlimm sowas sein kann, ne? Und vor allem bei uns. Viele Geschäfte haben ja am Sonntag geschlossen oder an Feiertagen. Aber bei uns war das dann immer so, das Licht ist immer an, ne? Also jetzt nicht 24 Stunden, aber jeden Tag. Genau. Und dann kam es zum Generationswechsel, sage ich mal. Aber ich bin jetzt eins übersprungen von meinem Opa zu meinem Vater. Ja, dein Vater war ja schon da. Genau. Also er hat mit meinem Opa zusammen, sage ich mal, so gearbeitet. Also mein Opa hat angefangen, es aufzubauen. Mein Vater hat das Allerdings Center übernommen damals, umbauen lassen. Und 1999 eröffnet. Ich springe so ein bisschen hin und her. Genau. Und es hat angefangen mit Elektronikartikeln, mit Uhren, mit als Goldjuwelier. Und im Marken wie Esprilio, S. Oliver waren wir die Ersten in Hamburg, die das verkauft haben. Die hatten noch gar keine Filiale. Also das waren, inzwischen haben die ja, okay, ich will das jetzt nicht sagen, die hatten ja bis vor kurzem noch ganz viele Läden, die ja auch jetzt dicht gemacht haben, leider. Aber genau, so Marken wie Hammer, wie Sony und Swatch und so, das waren alles Marken, die wir hier geführt haben. Bis in 2006, glaube ich, war doch die Krise, 2006, 2007 ungefähr, die Wirtschaftskrise. Und Amerika, die ganzen Immobilien, der Markt ist ja 2000, ja ungefähr. Ich weiß es nicht genau. Und da hat dann mein Vater genau den Wechsel gewagt und gesagt, hey, das muss alles raus. Wir müssen jetzt auch selber herstellen, weil es sich sonst nicht rentiert. Also sonst können wir nicht überleben, weil alles dem Bach runtergeht. Und dann hat er angefangen, selber herzustellen, Geschenkartikel, also so Souvenir für Touristen. Und dann waren wir, wir sind gleichzeitig ein offizieller Handelspartner vom Fußballverein St. Pauli seit 20 plus Jahren. Aha. Genau und. Ja, ich habe hier auch schon häufiger, das ist sehr praktisch, dass ihr mal aufhabt, weil ich habe hier schon häufiger Geburtstagsgeschenke gekauft. Genau, also wir haben viel Auswahl. Früher war die Auswahl mehr Elektronik, jetzt mehr Geschenkartikel. Wir haben auch Mode, wir haben Schuhe, wir haben wirklich alles Mögliche. Also jeder findet hier eigentlich was. Was wird denn hier am meisten gekauft? Oh, das ist sehr gut. Also meistens sind das, ich glaube, wirklich Souvenirartikel für Touristen. Was zum Beispiel? Was muss ich mir da vorstellen? So Magnete mit Hamburg-Bildern drauf oder Kaffeetassen, Schlüsselanhänger und St. Pauli ist auch stark. Also das Gute ist, wenn man reinkommt, kauft man halt nicht nur, wenn man ein St. Pauli-T-Shirt kaufen will, kauft man nebenbei, wenn man schon da ist, dann auch noch einen Schlüsselanhänger von Hamburg oder einen Magnet. Oder kommen die meisten Damen, die am Wochenende feiern gehen mit den High Heels, kommen die dann kurz vor Feierabend noch schnell reingerannt und sagen, ich habe Fußschmerzen oder Hackenschmerzen, ich brauche doch noch bequemere Schuhe. Habt ihr noch was da? Dann verkauft sich am Wochenende Schuhe. Habt ihr irgendwie Turnschuhe? Unter anderem, genau. So Schlappen oder was verkauft ihr? Auch, genau. Turnschuhe, so Badelatschen für die meisten Hotels, die ja keine Badelatschen führen. Dann kommen Touristen gefühlt jeden Tag und sagen, hey, habt ihr Badelatschen da? Oder habt ihr Handtücher da? Das ist, also... Habt ihr das Sortiment auch so angepasst, ne? Genau. So angebucht und nachfragt. Man weiß ja so ungefähr, was läuft, ne? Und dann bringt man selber immer mal wieder was Neues auf den Markt. Also nicht etwas, was jetzt von Null entsteht, sondern... Also es steht schon von Null, aber die Idee gibt es schon. Zum Beispiel, wie wir haben eigene Marken an... Also die Geschenke, also die Souvenirartikel, das ist alles unsere eigene Herstellung. Wir haben Designer, die designen das und dann wird das hergestellt. Also von Null bis, also von Anfang bis zum Ende ist es alles made by us, also gemacht von uns. Und dann auch, ich meine, wir haben, was haben wir noch? Viele Artikel, also wir führen Mismatching Socks, also diese Socken, die links und rechts unterschiedlich sind. Aber zusammen ein Thema erzählen, wie jetzt links sind Bürger drauf, auf der rechten Socke sind Pommes drauf und zusammen ist das eine Fastfood-Socke. Toll! Genau, sowas zum Beispiel. Kenne ich gar nicht. Ja, genau. Die Socken. Sowas zum Beispiel, was wir auch im Großhandel verkaufen, also nicht nur hier im Einzelhandel. Wir sind auch gleichzeitig Großhändler. Also wir verkaufen nicht nur hier, wir verkaufen auch an andere Einzelhandelgeschäfte. Ah, okay. Also Souvenire und so. Und ihr seid, am Steindamm gibt es ja auch ein Aladins-Center, ne? Ihr seid auch am Steindamm, oder? Genau. Und am Steindamm war es auch. Also es war während der, ich weiß es ja nicht ganz genau gerade, aber wenn ich mich nicht irre, war da auch ein Kino drin. Kaffst du ja alle Kinos auf oder was? Genau, ja. Also bald, ne? Ich weiß es nicht ganz genau, aber soweit ich mich erinnern kann, dort ist das zweimal so groß wie hier. Als eröffnet wurde, war es auch zwei Etagen. Es waren, also beide Etagen zusammen waren, ich glaube, über 2000 Quadratmeter. Und da so ein Geschäft auf dem Steindamm, also am Steindamm kann man gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man sieht, wie klein die Geschäfte frontal aussehen, könnte man sich niemals vorstellen, dass da so ein Riesengeschäft drin ist. Aber da habt ihr auch, ich weiß gar nicht, so Geschirr und sowas anderes, ne? Also Tücher, weiß ich, Kissen, sowas, also Wohnassist, was. Das führen zwei Onkels von mir, die Jüngeren von meinem Papa. Ja, und dort ist das hauptsächlich Haushalt, ne? Also Haushaltsware, Teppiche, Küchenartikel, Dekoartikel. Ja, genau. Ich war mal drin, ich erinnere mich so. Die haben auch viel von dem Sortiment, was wir hier haben, aber die haben dann viel mehr Extras, ne? Ja. Und dort sind dann die ganzen Leute, die... Hier müsste ja auch abgestimmt sein auf die Touristen und auf die Leute, die halt Badeschlappen brauchen und sowas. Ich kann jetzt hier keine Teppiche verkaufen an die Touristen, die mal hier für zwei Tage zum Feiern kommen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht will das auch jemand, keine Ahnung. Habt ihr irgendwas, wo du sagst, oh, das läuft eigentlich gar nicht? Ein Artikel? Wenn wir so einen Moment haben, dann wird das sofort aussortiert. Also da sind wir ganz radikal. Also wenn wir mal irgendwas probieren... Was war das? Erinnerst du was? Da haben wir jetzt so ganz frisch so Trinkflaschen für Kinder mit Namen drauf, ne? Also die Idee an sich ist gut, aber die Trinkflasche ist 0,2 oder so. Und das bringt, glaube ich, niemandem was. Und wenn man dann sieht, dass es nicht läuft, dann haut man da so einen Angebotspreis rauf und denkt sich Hauptsache weg und gut ist, ne? Also wenn mal ein Artikel da ist, dann... Also wir kalkulieren schon sehr gut, ob es laufen wird oder nicht vorher. Aber wenn mal was dabei ist, was nicht laufen wird, dann haben wir auch gar keine Angst, weil man kann ja nicht immer gewinnen, ne? Und manchmal muss man auch probieren, ne? Ja klar, muss man ausprobieren, ob es geht oder nicht. Immer gewinnen geht nicht, ne? Und deswegen... Machst du auch mal einen Artikel oder macht ihr auch mal einen Artikel, den du dann nur toll findest und ausprobieren willst? Ja, das mit den Socken, das war meine Idee. Daran habe ich zwei Jahre lang während Corona gearbeitet mit unserer Designerin. Und bis wir es richtig umgesetzt haben, hat es natürlich gedauert. Aber als es dann geklappt hat und es im Sortiment war und ich gesehen habe, wie Leute anfangen, Socken nicht nur eins, ne? Also Leute kommen sechs, sieben, acht, neun, zehn Paar auf einmal. Und ich meine, die sind auch nicht günstig, ne? Also circa zehn, ob ein paar. Dann denkt man sich, okay, du hast was gut gemacht. Also richtig gemacht. Und es freut sich, man freut sich, vor allem wenn du draußen Leute siehst, die mit deinen Socken rumlaufen, ne? Also das war deine Idee, Socken zu kreieren? Also die Designs sind von mir, genau. Also ich hatte die Idee, die Designerin saß dann neben mir, ich meinte, zeichne das so, mach das so, weil ich jetzt nicht begabt bin im digitalen Zeichnen. Genau, und dann haben wir das halt zusammen so auf die Beine gestellt und dann herstellen lassen. Also ich war direkt auch vor Ort in der Herstellung. Und dann, also es ist auch in unsere eigene Marke, ist eingetragen. Wir waren auch schon auf Messen in Hamburg und so, genau. Da bist du stolz da. Genau, es ist eins von vielen Sachen, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben als Familie. Aber man freut sich, ne? Ja, schön. Also man freut sich immer, wenn man jemanden sieht. Ich freue mich auch, wenn ich jetzt irgendwo in Eimsbüttel oder in Poppenbüttel oder am Flughafen jemanden sehe mit einer Aladin-Center-Tüte, ne? Egal, was da drin ist. Also man freut sich, ne? Das ist, also man denkt sich, okay, cool. Das kommt schon mal vor, ja? Dass du mal jemanden mit einer Aladin-Tüte rumlatschen siehst. Ja, wir haben letztens hier, genau so wie wir jetzt hier im Büro über dem Aladin-Center sitzen, die Straße dort drüben ist vor zwei oder drei Jahren eine ältere Dame, war das, glaube ich, längst gelaufen, mit einer Tüte von uns, die über 15 Jahre nicht mehr hergestellt wurde. Und die Tüte sah so gut aus. Also diese Tüte, die Qualität. Also heutzutage sind Tüten benutzt zweimal und das ist Müll. Ja, aber wie lange hat die die Tüte aufgehoben? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob sie die auch immer benutzt, aber sie ist da entlang gelaufen und das war, man freut sich. Seid ihr hingegangen? Ne, das war während Corona, da waren wir noch zu und wir saßen dann hier oben im Büro und dann haben wir das gesehen und dachten uns auch, wow. Das ist ja krass. Wir haben so zwei, drei Tüten im Showroom bei uns. Also die ganzen Tüten, seitdem Saladin-Center eröffnet wurde und da können wir das mal vergleichen. Aber das war schon cool, sowas zu sehen bei jemandem. Ja, schön. Ja, genau. Kommen die Leute hier auch rein und erwarten andere Dinge im Laden, so Sexspielzeug oder so? Weil es ist ja nicht gleich ersichtlich. Hier sind ja nun viele Läden, wo man das kaufen könnte. Also, was man gefühlt jede Woche oder jeden Tag hört, ist erstens, Aladin-Center, fliegende Teppich, Aladin, wo sind die Teppiche? Also das hört man immer. Also da kann man den Leuten auch nicht erzählen, dass es ein Kino war. Das sind dann halt die meisten, die es gar nicht kennen. Was sagst du dann? Ja, wir ignorieren das einfach. Also manche Kunden, meist ältere Herrschaften oder Damen, die wirklich über 60 sind, die sich auch auskennen, die fragen dann immer so, hey, habt ihr den Namen wirklich damals vom Kino übernommen? Oder wo sind die vom Kino und so weiter und so fort? Dann hat man schöne Gespräche, aber sonst, genau, was man sonst noch hört, ist, man hört halt viel Leute denken, das ist ein Supermarkt. Und da kommen die rein, hey, habt ihr Zigaretten oder Getränke? Und dann schickt man die immer gerne zu den Nachbarn rüber. Aber ja, also das ist so. Aber Sexspielzeug fragt keiner nach? Ja, nicht wirklich, also vielleicht, also Fragen eigentlich nicht. Also es kann sein, dass Leute suchen, aber. Das weißt du dann ja nicht. Ja, was man aber immer hört, sobald man die Tür reingeht, sieht man ja, wie riesig das ist. Weil so ein Kauf, also so ein Geschäft in der Breite und Länge gibt es ja auf der Reeperbahn gar nicht. Und dann sagen die Leute auch mal so, oh wow, es ist ja riesig hier, hier finden wir bestimmt was. Also, und hier können wir in Ruhe spazieren und in Ruhe uns auch Sachen angucken. Wenn das Geschäft klein ist und da sind dann zwei, drei Mitarbeiter drin, dann fühlen sich ja die Kunden meistens nicht wohl, weil man sich beobachtet fühlt. Aber uns ist das ganz anders. Wir haben, ich glaube, gerade 700 Quadratmeter so circa. Und da kann man dann in Ruhe einkaufen, gucken, bummeln. Und man findet irgendwie immer was Schlimmsten, falls beim Rausgehen eine Postkarte oder so. Ja, Postkarten gehen immer. Aber wenn so viel Platz ist, dann ist man ja vielleicht auch in manchem Moment mal unbeobachtet. Habt ihr hier viele Langfinger, die sich was einstecken? Ja, das haben wir auch. Also, wir haben ganz viele Überwachungskameras. Also, der Vorraum, der Eingang, das Geschäft drin. Es wird überall aufgenommen, weil manche machen das absichtlich. Manche haben eine Krankheit. Also, viele Leute klauen, weil das so eine, also nicht, weil die es nötig haben oder so. Es ist manchmal, wenn man mit denen redet, sagen die, ja, ich habe das jetzt gemacht, weil ich so einen Drang dazu hatte. Aber nicht, weil ich diesen Artikel brauche oder so. Es ist einfach, egal, wo ich reingehe, versuche ich, was zu klauen. Gibt es Kunden? Also, wir haben solche Menschen. Aber wie gesagt, wir haben die Aufnahmen und die Aufnahmen werden dann durchgehend von einem Mitarbeiter von uns, also, ganzen Aufnahmen. Einer sitzt die ganze Zeit an den Bildschirmen, oder was? Genau, und dann… Habt ihr so ein richtiges Kontrollzentrum hier irgendwo? Ein Kontrollzentrum, also ein Riesenbildschirm, wo man dann überall die kleinen Aufnahmen hat. Und sobald man, man ist ja hier aufgewachsen und man weiß ungefähr, welche Person Probleme bereiten kann. Wieso? Was? Woran siehst du das? Woran machst du das? Also, man kann das schon sehen. Also, wirklich, also, das ist… Woran denn? An Unsicherheit oder wo? Unsicherheit? Nee, solche Leute sind überhaupt nicht unsicher. Also, es gibt manche, die gucken zweimal in die Kamera und dann weiß man schon, okay, der hat irgendwelche Pläne. Aber oft weiß man schon so von der Optik her, so von… Also, ich sag mal so, wenn jetzt jemand mit einem Anzug reinläuft und Damschuh sich anguckt oder so, das ist dann so ein bisschen auffällig. Also, man sieht das schon. Also, und dann noch viele Obdachlose hier auf der Reeperbahn, die dann betrunken vorbeikommen und auch versuchen zu klauen. Also, die werden dann immer eingefangen und dann haben wir… Oft rufen wir auch nicht mehr die Polizei, weil die Polizei auch die Nase voll hat von den ganzen Kleinigkeiten. Und bis die auch kommen, bis man die erreicht, ist auch… Also, machen wir schon… Ja, ruft ihr die schon gar nicht mehr? Ja, genau und dann… Wie oft kommt denn das vor? Das hört sich ja viel an. Also, ich kann sagen, gefühlt jeden Tag, ne? Also, gefühlt jeden Tag hat man einen Versuch von Diebstahl, ne? Und was wir dann… oder was die Person, die versucht zu klauen, als Geschenk oder Belohnung bekommt, ist so eine… vor allen Leuten so eine… ich sage mal jetzt nicht Einniedrigung, ne? Aber… Zur Rechtweisung. Genau. Und dann, damit die das nicht nochmal machen, also nicht bei uns, sondern generell… Wieso? Was sagt ihr dann? Also, es wird schon laut mitgeteilt. Laut mitgeteilt, dass die ganze Aufmerksamkeit auch da ist, ne? So, und es sind auch wirklich so Kleinigkeiten, ne? Also, manchmal werden Postkarten geklaut oder versucht zu klauen, ne? Das ist 1,50 Euro. Ich meine, es ist nicht, weil man es braucht, sondern es ist wirklich die Krankheit, sage ich mal, wirklich so. Also, Leute… Ah, der Kick vielleicht, was zu klauen. Ja, dieses Adrenalin und jetzt vor vier oder fünf Tagen kam ein englischer Tourist rein, also nichts gegen Engländer, wir haben viele englische Touristen, aber der kam rein und hat nach Zigaretten, glaube ich, gefragt, irgendwas mit Tabak und dann haben wir nicht, aber zwei Läden weiterfinden, das lief natürlich alles auf Englisch. Ganz entspannter junger Mann, ne? Zu zweit oder zu dritt. Und beim Rausgehen, wir haben draußen einen Vorraum, da haben wir Postkarten und im Sommer dann halt so Sandalen und Badelatschen. Und beim Rausgehen hat er dann so eine Badelatsche einfach in die Hand genommen und ist damit rausgegangen, ne? Und es wurde ja natürlich gesehen und dann wurde er direkt wieder eingefangen, ein paar Meter später und das ist… Kannst du halt in dem Moment nicht erwarten, dass jemand reinkommt und nach etwas fragt und beim Rausgehen dann was mitnehmen will. War der total betrunken? Ne, das war ein ganz normaler, das war noch ein bisschen früh, also es war noch gar nicht spät, obwohl Leute trinken auch ab Tagsüber, ne? Aber es war ein ganz normaler… Hat er nicht mal eingesteckt, sondern einfach nur genommen. Genau, also auch wahrscheinlich auch wieder so ein Adrenalinkick, ne? Ich bin im Ausland, hey, lass mal probieren und das ist… Obwohl in anderen Ländern läuft es ja ganz anders. Sind das meistens Männer oder auch Frauen, die hier klauen? Auch Frauen, ich würde sagen 50-50, also… Und jüngere Leute eher, oder? Von… Kannst gar nicht sagen. Es ist wirklich von bis, also… Manchmal laufen Mitarbeiter draußen hinterher oder die Polizei fängt manche auf und die… Also man sieht das in den Aufnahmen und die weigern sich ja, es zuzugeben, ne? Und obwohl man das in den Aufnahmen sieht und… Echt? Ja, und man darf die Person ja auch nicht anfassen und sobald man, dann bist du wieder im Unrecht, ne? Also sobald man die Person auch aufhalten will, fühlt es zu Problemen. Das ist es ja, also… Dann stellt sich einer vielleicht vor die Person, aber wenn die Person weitergeht und die Polizei nicht kommt, dann hast du auch Probleme, ne? Aber heutzutage, also… Und wie machst du denn das dann, wenn du jemanden anhältst? Muss man anhalten. Ja, aber was machst du denn? Was machst du dann? Einfach an der Hand ziehen, ne? Musst du ja. An der Hand ziehen und sagen, hier, gib die Sachen zurück. Genau, sonst läuft die Person einfach weg, genau. Gib die Sachen zurück oder ich rufe die Polizei. Sobald man die Polizei ruft oder sagt, dass man die Polizei ruft, dann treten alle immer so einen Schritt zurück und sagen, okay, okay, okay. Also dann sind das meistens Leute, die gar keinen Eintrag haben wollen, ne? Und wir haben das auch ausgezeichnet unten im Verkauf, dass man eine Anzeige bekommt plus Bearbeitungsgübchen von mindestens 50 Euro, ne? Also wenn du jetzt was für ein Euro klauen willst und erwischt willst, zahlst du am Ende 50 Euro mindestens, ne? Und dann… Also es schreckt schon ein bisschen ab, aber manche Leute, das ist passiert. Ich glaube, das ist… Hier passiert es, glaube ich, ein bisschen mehr, der Drang zu klauen, das ist die Reeperbahn. Also viele nicht so normale Menschen auch mal unterwegs, aber wir haben es unter Kontrolle. Was heißt nicht so normale Menschen? Fallen dir Leute ein, Kunden ein, die… Ich glaube, die, die auf der Reeperbahn so abends oder tagsüber rumlaufen, sind nicht Menschen, die jetzt gleichzeitig in der Mönkebergstraße rumlaufen würden, würde ich sagen. Also es sei denn, es sind Touristen, ne? Also so die Einheimischen, die hier rumlaufen, also es ist jetzt 10 Uhr morgens ungefähr. Ich würde sagen, die Leute, die jetzt hier sind, die würdest du nicht in der Stadt sehen. Also es sind wirklich andere. Was sind denn das für Leute? Beschreib mal so ein bisschen das Klientel hier. Ja, also genau wie am Steindamm, also die Menschen, Steindamm und die Mönkebergstraße, das ist ja nur getrennt von der Wandelhalle, ne? Und das sind dann zwei ganz unterschiedliche Welten, also ich weiß nicht warum, aber wenn man am Steindamm ist, fühlt man sich, als wäre man irgendwo so in einem südländischen Raum und hat ja nichts mit Deutschland zu tun. Ja, genau, hat ja nichts mit Deutschland zu tun. Ich habe Freunde und Kollegen, deutsche Blonde, die sagen, hey, ab und zu sind wir mal dort im Aladin-Center und wir werden es schon angeguckt, als wären wir so irgendwie Touristen oder so, ne? Also das ist, weil... Ja, so fühlt es sich, für Deutsche fühlt es sich auch da ein bisschen so an, als wenn man irgendwie anders wäre. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das absichtlich dort versammelt wurde, dass die ganzen Menschen dort sind und dass dort, also so wie in Berlin-Kreuzberg, das kennt man ja vom Körn, ne? Da ist ja so alles türkisch oder arabisch und das gleiche haben wir hier am Steindamm. Aber hier auf der Reeperbahn ja nun nicht. Nee, nee, auf der Reeperbahn ist das wieder eine ganz andere Welt, ne? Also es sind irgendwie Straßen. Aber was für Leute, also generell habt ihr ja an Kunden sehr, sehr viele Touristen, aber natürlich auch Feierfolge und so. Genau, Feierfolge ist halt am Wochenende, ne? Freitag und hauptsächlich dann Samstag, also am Wochenende sind es eigentlich immer Touristen. So die Hamburger oder die um Hamburg herum, so Schleswig-Holstein und Co., die kommen dann meistens unter der Woche, auch bis 23 Uhr habe ich Kunden da, die aus der Gegend sind, aber so die Touristen sind dann meistens am Wochenende und wenn es unter der Woche ist, auch wirklich spät abends. Deswegen haben wir auch lange Öffnungszeiten unter der Woche, bis 23 Uhr, weil was macht denn ein Tourist, wenn er nach Hamburg kommt oder sie? Die ersten Anlaufstellen sind immer der Hafen, Landungsbrücken, die Alster und dann halt so ein paar Museen und so. Oder wann geht man auf die Reeperbahn? Auch wenn unter der Woche nachts nichts los ist, sind die Menschen hier, weil die immer den Gedanken haben, okay, die Reeperbahn leuchtet wahrscheinlich jeden Tag wie ein Samstag und jeden Tag wird gefeiert und dann sind die Touristen dann immer hier, also ab 20 Uhr bis 23 Uhr ist dann auch viel los. Und dann macht ihr dann euer Geschäft? Genau. Aber da erlebst du ja sicherlich, auch wenn ihr nicht genau diese Hauptfeierzeit, auch Öffnungszeiten habt, erlebst du ja trotzdem bestimmt die eine oder andere Skurrilität mit Menschen hier. Kannst du da was berichten? Ja, man erlebt eigentlich immer mal wieder was. Kommt darauf an, wie man es aufnimmt. Also es gibt Kleinigkeiten, die für mich, also was für mich eine Kleinigkeit ist, könnte für dich vielleicht was Großes sein oder andersrum. Versuch's. Was denn zum Beispiel? Was für Leute? Feind dir Situationen ein, die andere vielleicht als speziell empfinden? Ja, wegen den Drogen, die auf der Reeperbahn viel benutzt werden oder generell heutzutage. Also es werden ja viele, die auf der Straße leben oder sonst wo, die nutzen Drogen. Also jetzt nicht Marihuana oder so, sondern richtig Drogen wie Spritzen sich und so weiter und so fort und dann hat man schon so Kunden, die Probleme zubereiten und du siehst das auch direkt, ob der Kunde dann, die kommen rein, die sind verschwitzt, wenige Drogen und haben so Schweißanfälle und die kommen da einfach nur rein, weil die in dem Moment betäubt sind. Nicht, weil die was kaufen oder klauen wollen, aber da musst du halt wissen, wie du mit denen umgehst, damit die nicht randalieren. Weil du musst diese Menschen ja unter Kontrolle haben ein bisschen. Und einmal erinnere ich mich, dass wir einen Kunden hatten, der war auch nicht ganz normal. Es war 10 Uhr. Wir haben aufgemacht, es war im Sommer letztes oder vorletztes Jahr. Ich war auch vor Ort und da kam einer rein, genau Punkt 10 Uhr. Also wenn jemand um 10 Uhr reinkommt, ist es gezielt ein Kunde, der gezielt weiß, was er oder sie kaufen will. Es war ein Kunde, ich würde sagen, bestimmt jemand hier von der Seitenstraße, von der Reeperbahn, aber kein normaler. Also er hat gesehen, der ist unter Drogen. Und er kam rein und hat angefangen in der Schuhabteilung die ganzen Schnürsenkel zuzubinden. Um 10 Uhr morgens. Schleifen zu machen, oder? Genau, die Schleifen von den Schuhen. Und dann meinte ich, moin junger Mann, brauchst du Hilfe? Er meinte, nee, ich sorge für Ordnung. Und dann dachte ich mir so, was für Ordnung denn? Ja, das sieht alles nicht gut aus. Da meinte ich, kannst du so lassen, das gehört sich so, meinte ich, damit er halt das lässt und rausgeht. Und dann war er ein bisschen beleidigt, ist rausgegangen. Und ein paar Minuten später hat man dann gesehen, dass eine Tonne draußen anfängt zu brennen. Und in den Aufnahmen sieht man, dass er dann mit einer Zigarette aus Trotz diese Tonne anbrennt. Und wir dann hier Feuerwehreinsätze hatten, also draußen. Oh, ja, aber du hast ihn aus dem Laden rausgekriegt. Genau, aber es ist halt, man weiß wirklich nicht, was einem erwartet. Klar, aber was sagst du generell? Also wenn du, du sagst, man muss die dann irgendwie nicht behandeln, aber rauskriegen wieder aus dem Laden. Was sagst du zu denen? Hast du da irgendwie so einen Standardspruch oder so? Ja, manchmal ist das so, sagt man, Sachen wie geschlossene Gesellschaft. Oder hey, suchst du was Bestimmtes? Wenn ja, zeige ich es dir. Wenn nicht, musst du das Geschäft leider verlassen. Weil manche Kunden fühlen sich ja unwohl. Also wenn jetzt jemanden kommt, der irgendwie richtig auffällig Probleme zubereitet, dann ist das also… Wenn jemand riecht oder so oder sehr ungepflegt ist oder was manche. Zum Beispiel, aber man weiß ja, oder mit drei Riesen… Du kannst das offen sagen, das ist für jeden Fall in Ordnung. Wir sind beim Kiez-Podcast. Genau, wenn dann Leute kommen mit so zwei, drei Riesentüten mit Pfandflaschen drin, dann weiß man, das ist… Die anderen Kunden stört. Und dieser Mensch kann mit diesen Riesentüten an Pfandfleisch noch ungepflegt in andere Geschäfte nicht rein. Deswegen ist das so, dass wir es aufhalten müssen oder minimalisieren müssen, indem wir die Person direkt dahin führen, was er braucht oder sie und dann wieder raus, nachdem der Kauf stattgefunden ist. Hast du da Stress? Ticken die auch mal aus? Oder wie läuft das ab? Meistens eigentlich nicht. Natürlich gibt es manche, die dann sauer werden oder warum und so, aber… Hast du schon mal was abgekriegt, wenn du jemanden rausführen wolltest? Nee, ich noch gar nicht. Also eigentlich gar keiner von unseren Mitarbeitern. Echt? Das ist ja Wahnsinn, weil… Wir sind immer viele unten, deswegen glaube ich, sind die auch ein bisschen eingeschüttet. Wie viele Leute habt ihr denn da? Wie viele Mitarbeiter? Also wir sind sieben, acht Leute im Team so unten. Also und da ist das dann… Da stehen gleich acht Leute vor dir. Nee, eigentlich nicht. Also wenn einer sieht, dass der eine gerade jemand rausbringt oder Probleme hat, dann kommt direkt der Nächste oder der Zweite dazu und verläuft auch alles problemlos. Also wie gesagt, sobald man das Wort Polizei benutzt, dann hören die auch auf, genau. Halben Tag am Polizei sagen, mit der Polizei drohen. Aber du hast ja auch bestimmt ganz, ganz viele lustige Situationen hier, ne? Mit irgendwelchen Junggesellen abschieden oder irgendwelchen witzigen Leuten, die hier rein stolpern. Erinnerst du da irgendwas? Naja, witzig nicht, ne? Aber für mich ist das, glaube ich, nicht witzig. Oder nervig. Also die Menschen, die auf dem Kiez arbeiten, finden eigentlich Junggesellenabschiede alles andere als lustig. Eher sehr, sehr anstrengend. Genau, die kommen rein, meistens am Wochenende und dann, die verkaufen ja auch immer Sachen, ne? Weil so Junggesellenabschied feiern und so und dann kommen die rein und wenn die was brauchen, dann sagen, hey, können wir das gegen meine Dings eintauschen oder austauschen? Neue Sachen, ne? Aber für die ist das natürlich in dem Moment ganz lustig, was für uns dann so ein bisschen blöd rüberkommt, weil wir... Also die wollen ja eher Schnäpschen gegen irgendwas tauschen, was ihr habt. Zum Beispiel, genau. Also was für die in dem Moment, weil die das vielleicht einmal im Leben hören, lustig sein kann. Aber wir hören das ja gefühlt jeden Tag und das ist dann, glaube ich, nicht so lustig. Hast du das schon mal gemacht, dass du was eingetauscht hast? Ne, also meistens machen wir das bei kleinen Kindern, die von der Schule kommen und so ein Projekt haben, die jetzt, sag ich mal, einen Kugelschreiber von der Lehrerin bekommen oder Lehrer und die Aufgabe haben, bis Ende des Tages es so groß einzutauschen, bis das dann irgendwas anderes ist. Und dann kommen die, laufen die auf der Reeperbahn, das sind meistens Schulen hier auf St. Pauli und dann laufen die Kinder rum und sagen, hey, ich habe einen Kugelschreiber, kann ich das gegen, wir haben zum Beispiel jetzt Gegenschlüsselanhänger tauschen. Und dann sagen wir, okay, und dann tauschen das um und dann nehmen die den Schlüsselanhänger, gehen in ein anderes Geschäft, tauschen das gegen einen, so einen Flummi oder so einen Springball. Okay, das macht ihr dann schon. Genau, bei Kindern ist das was anderes, also man muss sie auch unterstützen, damit die auch ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, aber wenn du die Kinder in dem Moment dann so, das sind dann wirklich Jüngere, wenn du die dann so, wenn du Nein sagst und die dann so rausschmeißt oder wegschickst, ohne was zu machen, die verlieren sofort ihr Selbstbewusstsein, das wollen wir ja nicht. Ja, das ist natürlich auch sehr traurig für die dann. Ja, natürlich, also ich kenne das von mir, wenn eine Person Nein sagt, dann habe ich keine Lust mehr weiterzufragen. Ja, klar, den Mut muss man erst mal aufbringen, wenn man schon mal abgeblitzt ist. Aber das sind ja eigentlich gar nicht so lustige Kunden, weil man halt alles schon gesehen hat. Also wir lachen untereinander mehr mit den Mitarbeitern als jetzt wegen den Kunden. Aber fällt dir irgendwer ein, irgendeine Situation, die du selber total witzig fandst? Oder gibt es da echt gar nichts, weil du alles schon hunderttausend Mal gesehen hast? Also es passieren schon ab und zu so Sachen, die in dem Moment so lustig sind. Aber wenn man das dann weitererzählt so an die Mitarbeiter, dann lacht man sich kaputt. Aber so spontan würde mir jetzt nichts einfangen. Aber der Mitarbeiter versteht nicht, was man meint oder was? Nee, das ist so, wenn man so eine Sache erzählt und dann so ein bisschen was dazu packt. Und dann hat man so während der Mittagspause dann so ein Lachflasch hier im Unternehmen. Nichts, was dir so in Erinnerung geblieben ist. Genau. Wie häufig bist du im Laden und stehst du wirklich im Laden und verkaufst? Also offiziell bin ich seit 2022 in der Geschäftsleitung, also der Geschäftsführer hier, weil mein Vater so ein bisschen zurückgetreten ist. 22? Genau. Aber wie oft bist du hier im Laden? Jeden Tag? Ich bin mindestens sechs Tage die Woche hier. Und verkaufst du dann unten auch mit oder bist du oben im Büro oder so? Ich bin auch unten. Also ich bin so ein Joker. Also ich bin unten, ich bin oben im Büro, ich bin im Außendienst. Das heißt, ich bin auch gefühlt jede ein bis zwei Monate im Ausland wegen der Herstellung und neue Produkte und so weiter und so fort. Also ich bin überall. Also ich bin die Nummer zehn auf dem Spielfeld. Genau. Also es ist anstrengend, weil man viele Sachen machen muss oder vor allem, wenn man im Verkauf unten stehen muss, dann verliert man ganz schnell so die Energie und hat dann keinen Kopf mehr oder Zeit mehr für andere Sachen, die man eigentlich erledigen müsste bezüglich der Arbeit. Deswegen ist das immer so, dass man, wir versuchen das gut aufzuteilen, also gut aufzuteilen mit meinen Brüdern. Also meine Brüder sind auch hier, die arbeiten auch, wir haben Mitarbeiter. Und also ich bin dann sechs Tage, sage ich mal, so fünf bis sechs Tage. Ganz schön viel, ganz schön hart. Genau. Du hast ja keine Frauenkinder, hast du gesagt. Genau, manchmal arbeitet man auch, also so in der Sommersaison, wenn mal so alle in Urlaub sind, die Kinder haben, wollen ja dann gerne in den Sommerferien weg und dann sind plötzlich alle weg und dann arbeitet man auch mal so durchgehend. Ich bin nicht von zehn bis 23 Uhr hier, aber ich bin so sieben bis zehn Stunden, manchmal sechs bis neun Stunden, je nachdem, so wie es sich entwickelt. Ja, aber wir haben vorhin so einen kleinen Bruch gehabt in der Erzählung, weil du erzählt hast, dass du halt eigentlich all das gar nicht wolltest. Eigentlich wolltest du all das, du wolltest hier nur noch weg, so habe ich es verstanden. Du wolltest raus, das hat dich zu sehr eingeengt, das war zu viel Familie. Eingeengt würde ich jetzt nicht sagen. Nein, 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 ja, vielleicht nicht eingeengt, also es war dir zu viel von all dem. Genau, viele Meinungen. Ja, und zu viel Meinung, ja. Genau. Und dann hast du gesagt, dass es dann so einen Lernmoment gab, aber du ja, als du zurückkamst und dich doch für Hamburg entschieden hast, das gar nicht genießen konntest und eigentlich dich hier nicht wohlgefühlt hast und dann nach China gegangen bist. Genau. Und dann bist du wieder zurück. Genau, und dann hatten wir Corona. Wann hattet ihr Corona? Genau. Aber da sind wir so ein bisschen stehen geblieben, kann das sein? Genau. Ich glaube, da haben wir noch gar nichts zu Ende, weil wie du dann von, eigentlich wolltest du überhaupt nicht mehr hier zum Geschäftsführer geworden bist. Genau, das war ja auch sehr bekannt in der Familie, also jeder wusste Bescheid, dass ich gar nichts zu tun haben wollte. Also ich war immer noch hier zur Hilfe da, also ab und an mal, auch wenn ich hier nicht gearbeitet habe, bin ich, also ich bin gefühlt trotzdem jede zwei Tage hier gewesen. Zum Helfen oder so die Leute zu besuchen und Familie und so weiter. Es ist wie so eine Anlaufstelle, also wenn man nichts zu tun hat, kommt man hier und sitzt im Büro oder unten im Verkauf. Also man hat ja, also Gott sei Dank haben wir so eine Möglichkeit, sonst müsste man ja irgendwo immer draußen unterwegs sein, wenn man nichts zu tun hat, sage ich mal so. Zu Hause will man nicht sitzen. Also du hattest auch keinen anderen Job dann, als du aus China wiederkommst. Genau, und es liegt ja in der Familie, glaube ich, dass wir immer selbstständig sind. Also wie gesagt, ich war da auch in Amerika auch selbstständig und dann in China genauso, immer auf eigenem Bein. Dann als ich zurückkam. Was hast du denn in China gemacht? Mit was warst du da selbstständig? Also dort jetzt nicht direkt selbstständig, sondern dort habe ich Kontakte geknüpft in der Herstellung, sodass man so ein Zwischenhändler ist, sage ich mal. So, dass ich zum Beispiel Freunde, die ich aus Amerika kenne, die gewisse Sachen brauchen, dann habe ich die Herstellung gefunden und dann war ich der Zwischenhändler. Ohne jetzt groß zu investieren, hat man dann Provisionen bekommen. Okay. Genau, sowas halt. Und wenn man dann so 10, 20 Kunden hat, dann kann man davon auch gut leben und dann braucht man auch nicht irgendwie hier 24 Stunden vor Ort zu sein. Und genau, als ich zurückkam wegen Corona und wir so in der ganzen Familie so einen Auszeit hatten und gedacht haben, hey, was wird jetzt passieren, was wird jetzt passieren? Und in unserer Kultur ist das üblich, dass die Väter so lange arbeiten, bis sie nicht mehr können. Also die wollen nicht aufhören. Der Grund ist nicht, um mehr Geld zu verdienen, sondern die Lieben ist nicht, zu Hause faul zu sein. Also auch wenn die nicht arbeiten, sind die jetzt immer noch. Also das kenne ich jetzt von meinem Vater und so. Die sind immer noch hier vor Ort, die kommen, sitzen oben, die haben ihre eigenen Büros, trinken ihren Kaffee, einen Tee und fahren dann wieder nach Hause. Aber die sind immer mal hier. Und während Corona haben die dann gesagt, hey, wisst ihr was, wir machen das so, dass wir uns ein bisschen zurückziehen, sodass die nächste Generation jetzt was machen kann. Mit Corona haben wir gesehen, dass sich alles auf den Schlag ändern kann und das alte System eventuell nicht laufen wird. So, entweder modernisiert ihr das, macht ein Online-Geschäft und nebenbei andere Sachen. Und es war halt monatelang im Gespräch. Und mein Vater wollte immer, dass ich dann irgendwie doch dabei bin und ich wollte das immer nicht. Und dann kam so ein Moment, wo wir wieder hier im Büro uns unterhalten haben und dann meinte ich, weißt du was, ich übernehme alles. Und da hat er dann sich gefreut, hat auch angefangen zu lachen. Also wir hatten richtig viel so ein Hin und Her und so gar keine gute Laune miteinander. Und als ich mich dann dafür entschieden habe, hat er sich gefreut. Ja, aber warum hast du dich dafür entschieden, wenn du es eigentlich gar nicht wolltest? Es war halt Corona. Hat er dich überredet? Nicht wirklich, es war Corona. Es war, wie gesagt, die Welt war so im Stillstand. Und sobald alles langsam wieder angefangen hat, sich zu wieder erholen, dachte ich mir so, komm, ich übernehme das und ich gucke ein, zwei Jahre. Wenn es nicht passt, kann ich ja immer noch was anderes machen. Und jetzt bin ich hier seit zweieinhalb, fast drei Jahre. Also ich meine, ich bin seit der Kindheit hier. Aber in der Geschäftsleitung bin ich jetzt mit meinen Brüdern. Also deine Brüder sind auch in der Geschäftsleitung? Also offiziell ist es auf Papier nicht, aber wir führen das trotzdem zusammen. Also jeder hat so seine eigenen Bereiche. Der eine macht den Einkauf, der andere macht die Buchhaltung und sowas. Und genau. Aber bevor ich das alles unterschrieben habe, habe ich auch damals schon gesagt, hey, wisst ihr was? Nur unter einer Bedingung. Ich kann jederzeit trotzdem zurücktreten und woanders hinziehen oder woanders arbeiten oder leben. Die meinen, okay, aber inzwischen bin ich dann jetzt hier. Ich meine, es ist ja Heimat. Bist du glücklich mit der Entscheidung, die du getroffen hast? Oder ist das immer noch nicht klar? Man hat glückliche Momente, aber man hat auch unglückliche Momente, wenn man zu viel arbeitet. Also es ist gerade alles ganz entspannt. Also wenn man mir sagt, bis letztes Jahr wollte ich, hatte ich noch so den Gedanken so irgendwo im Kopf, dass ich eventuell wieder nach Amerika auswandere. Letztes Jahr zu dieser Zeit, also im September war ich dann da und dachte mir, in Amerika könnte ich, glaube ich, nicht mehr leben. Also ich war da für zwei Wochen, mal so Freunde besuchen und da habe ich gemerkt, nee, Deutschland ist es schon ganz entspannt und angenehm. Ich hätte jetzt keine Lust wieder von vorne anzufangen. Also irgendwann hat man auch irgendwie gar keine Lust mehr. Ich bin jetzt nicht der Älteste, aber man ist so im Alter, wo man sich denkt, du musst langsam Fuß fassen. Das Gefühl hast du, du musst mal langsam Fuß fassen. Genau, ich hatte ja gefühlt über 40 Flüge pro Jahr, bevor ich in der Geschäftsleitung hier war. Also ich war 40 Mal im Flugzeug pro Jahr. Nicht besonders gut fürs Klima, ne? Das ist eine Sache, ja. Ich war einer von vielen im Flugzeug. Ich bin ja nicht, ich habe ja keinen Privatjet. Also nicht wie die Politiker, die hier links erzählen und rechts tun. Aber genau, vor allem auch nicht gesund, also nicht gut für die Gesundheit. Man spürt das ja richtig. Jetzt habe ich das verringert, seitdem ich hier bin. Und früher hatte man viel Reiz, dass man auch viel rumgereist ist. Das war auch mein Ziel damals, dass ich Koffer habe und geschäftlich viel unterwegs bin. Und das habe ich dann irgendwann erreicht und gemerkt, dass es gar nichts für mich ist. Also es macht einen nur kaputt. Ich verstehe auch die Leute nicht, die wirklich jeden Tag im Flugzeug sind. Oder Piloten oder insens Judessen und so. Es ist nicht einfach. Also wenn man einmal, zweimal im Jahr fliegt, ist es toll. Aber so häufig zu fliegen ist nicht toll. Deswegen denke ich so, hey, in der Heimat zu sein, ich meine, schön, Hamburg ist schön. Also du bist gerade dabei, wenn ich das richtig deute, hier anzukommen, ja, noch? Ich glaube, ich bin schon angekommen, so seit einem Jahr so richtig angekommen. Und jetzt bleibst du hier? Ja, ich bin hier. Und machst du das weiter? Genau, also man kann auch nicht so einfach nicht kommen. Das ist jetzt hier auf Band, wenn dein Vater das hört. Kann er gerne hören. Also es wäre eigentlich gut, wenn er so einen Podcast hier hätte, weil er bestimmt viel über seine Jugend oder die Zeit damals erzählen kann. Aber ob man ihn dazu überredet bekommt, glaube ich nicht. Er ist auch so nicht offiziell in Rente, aber zurückgezogen ist dann, genau, öfters mal in der Heimat, in der Türkei. Weil, also ich sage immer, Leute, für jeden ist die, also für ihn ist die Heimat auch Deutschland, also, aber weil er dort geboren ist, glaube ich, findet er das auf dem Land immer ganz entspannt und dann ist er öfters da. Wir sind hier geboren, also ich könnte nicht auf dem, also auf dem Land in Deutschland könnte ich leben, ist eine andere Sache, aber auf dem Land, so in der Heimat dort, könnte ich, glaube ich, nicht. Ist das für dich Heimat überhaupt, die Türkei? Ich meine, das ist das Land deiner Familie, aber ja im Prinzip eigentlich nicht dein Land. Genau, also natürlich, also ich kann das nur als Vergleich so erzählen. Es war die Fußball-Eurobameisterschaft vor kurzem und sobald Deutschland und die Türkei spielt, da jubelt man dann genau gleich. Also da merkt man, dass man diese beiden Länder liebt und sich halt da hingezogen fühlt. Und für wen ist man mehr? Sehr gute Frage. Für Deutschland oder für die Türkei? Das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Die haben ja schon öfters gegeneinander gespielt. Also, das ist... Aber es ist doch eigentlich cool, wenn man für beide ist, bist du gar nicht enttäuscht. Egal, wer gewinnt. Ja, einer gewinnt. Ja, der Beste der Heimat. Was traurig war, ist, dass beide zur gleichen Zeit ausgeschieden sind. Das war richtig blöd, ne? Da hat man dann zwei Länder und keiner von beiden schafft ins Finale. Das ist blöd. Ja, da ist man dann gleich mit raus. Genau, ja. Aber wie gesagt, also man fühlt sich hier schon... Deutschland ist... Natürlich ändert sich alles, ne? Es wird... Ich kann jetzt nicht sagen, es wird alles besser. Also das definitiv nicht. Es wird auf jeden Fall alles ein bisschen langsamer. Also, je mehr Technologie man bekommt heutzutage, desto langsamer wird das Ganze hier, glaube ich, in Deutschland. Ich weiß nicht, warum das liegt, aber man hat zu viel Verkehr. Das sind so Faktoren, wo man dann doch überlegt, ob man zufrieden ist in Hamburg. Also, wenn man normalerweise 15 Minuten fährt, aber heutzutage brauchst du 40, 50 Minuten für die gleiche Strecke, wegen dem ganzen Baustein. Genau mit der... Tja, musst du rausziehen. Musst du wohl in Deutschland aufs Dorf ziehen. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Mache ich gerne. Aber auf die Reeperbahn zu kommen, ist ja das Problem, ne? Ja, das ist dann nicht so einfach. Musst du mal Bahn fahren, Mensch. Das habe ich letzte Woche tatsächlich vier Tage hintereinander gemacht. Letzten Sonntag bis Donnerstag. War nicht so gut? Oder wie? Ich habe überhaupt kein Problem. Ich meine, meine Kinder, ich kenne die ganzen S- und U-Bahn-Linien. Siehst du, ja, dann musst du nicht aufsteigen. Als Kind war ich richtig viel unterwegs, ne? Und was in den letzten Wochen, in den vier Tagen passiert ist, war, ich habe jeden Tag Verspätung gehabt, weil die S-Bahn jeden Tag im Tunnel stecken geblieben ist, weil immer irgendwelche Vorfälle waren. Und da habe ich nie den Bus bekommen und wenn man um 23 Uhr Feierabend macht und dann mit der S-Bahn nach Hause fährt, fährt der Bus ja irgendwie jede Stunde einmal oder so. Wenn man dann den Bus verpasst, weil die S-Bahn nicht rechtzeitig, also man muss auch sagen, ich habe immer eine früher genommen, als ich sollte, damit ich den Bus nicht verpasse und trotzdem habe ich den Bus verpasst und dann muss ich immer vom Bahnhof nochmal so einen E-Scooter mieten und damit nach Hause fahren. Dann dachte ich mir so, ey. Ja, dann lohnt es sich irgendwann wirklich nicht mehr, ne? Hast du für die Zukunft hier irgendetwas geplant mit deinen Brüdern für den Laden? Also was mir so am Herz liegt, ich wollte unbedingt das alte Logo vom Kino nochmal anbringen. Also so ein Retro, dass man so ein Comeback hat, sag ich mal so. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Also euer Logo richtig ändern? Genau, also es ist wieder dasselbe, aber das alte, ne? Also ein bisschen modernisiert, also das ist wieder so draußen. Wir haben ja eine riesen Werbewand draußen. Wenn man hier vorbeifährt, sieht man, da kann man es gar nicht übersehen, sag ich mal. Vor allem nachts. Genau, das wäre so die Idee. Und wir hatten früher auch zwei Etagen Verkaufsfläche, was jetzt nur noch eine ist, weil Menschen eine gewisse Zeit faul waren, hochzugehen, die Treppen hochzusteigen. Da hatten wir mal den Gedanken, dass wir es wieder aufmachen. Aber ob das gut rüberkommt, wissen wir auch noch nicht. Aber ja, Pläne. Was ist denn da in der zweiten Etage? Das nutzen wir gerade nur als Lager. Okay, also ihr könntet da durchaus nochmal wieder zweistöckig werden. Genau. Also es ist wie so eine Galerie. Also es ist nicht komplett, die zweite Etage ist nicht komplett zu, sondern es ist wie so eine Galerie, dass man von oben nach unten ins Geschäft gucken kann. Wer weiß, wie viele Socken du irgendwann designt haben wirst. Vielleicht brauchst du da eine eigene Sockenabteilung da oben. Ja. Das ist durchaus möglich, oder? Ich glaube, hier wird es schwierig. Also als Showroom vielleicht, ja. Aber so eine eigene Abteilung, glaube ich. Also ich habe schon viele Modelle da, ja. Und bearbeitest du denn eigentlich gerade noch an den Socken? Werden das immer mehr und mehr? Also dieses Jahr kommen noch ein paar neue auf den Markt wahrscheinlich und sonst mal sehen, was die Zeit bringt. Also Nachfrage ist da, Qualität ist da, läuft, alles schön, genau. Ganz der Verkäufer. Genau, also, ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles Gute mit deinem Unternehmen, mit eurem Unternehmen. Super, lieben Dank. Und dass du hier richtig 100 Prozent ankommst. Super, lieben Dank. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. War auf jeden Fall ganz toll, entspannt. Alles in grün. Sehr schön, danke. Danke, danke. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.